Warum gibt es in Österreich radioaktive Abfälle und wo kommen sie her? 1978 haben sich die Österreicherinnen und Österreicher gegen die in Betriebnahme des bereits fertiggestellten Kernkraftwerks Zwentendorf entschieden. Deshalb gibt es bei uns, im Gegensatz zu Ländern mit Kernkraftwerken, weder hochradioaktive Abfälle noch abgebrannte Brennelemente, die entsorgt werden müssen. Wie in allen Industrieländern fallen aber auch in Österreich schwach- und mittelradioaktive Abfälle an. Diese entstehen bei vielen nützlichen Anwendungen in Medizin, Industrie und Forschung. Auch bei der Stilllegung und dem Rückbau nuklearer Forschungsanlagen können radioaktive Abfälle anfallen, etwa Bauschutt oder Laboreinrichtungen. Diese radioaktiven Abfälle werden im Unternehmen Nuclear Engineering Seibersdorf gesammelt. Dort werden sie mit modernsten technischen Methoden behandelt und in Fässer verpackt. Diese werden fachgerecht in Seibersdorf zwischengelagert. Um radioaktive Abfälle sicher zu entsorgen, müssen sie langfristig vom Menschen und der belebten Umwelt isoliert werden. Darüber, wie die Entlagerung der radioaktiven Abfälle bestmöglich erfolgen sollte, berät der Entsorgungsbeirat. Dieses Gremium ist mit Vertreterinnen und Vertretern aus der Wissenschaft, von NGOs, der Zivilgesellschaft sowie vom Bund und Ländern besetzt. Die Empfehlungen des Entsorgungsbeirates helfen der Bundesregierung, eine Entscheidung zur Entlagerung der österreichischen radioaktiven Abfälle zu treffen.